halli hallo mein lieben homies willkommen zu einer weiteren und neuen tagesquests von der sesquiet origins so ich habe immer mit räder gesprochen und wir sollen das banditenlager erreichen und räumen und das werden wir jetzt natürlich auch machen also wie immer let's go bo unser treuer begleiter erweicht nicht von unserer seite er ist immer an ort und stelle immer wann wir ihn brauchen ich würde sagen wir gehen gar nicht runter von boh wir machen die von hier oben aus kalt nie was sterben und steht dir keiner number one number two mehr kommen hierhin habe ich dir gesagt kreise machen wir wieder um ihn wir machen wieder schwindelig wunderbar jetzt sollen wir mit räder sprechen na super können wir uns denn da hinbeam vielleicht haben wir ja glück hat sieht doch gut aus das sieht doch gut aus da bieten wir uns natürlich sofort hin haben wir eine kurze und knappe tagesquests abgeschlossen für heute mein lieben homies wunderbar da kommt was ist hier los hopp 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 haben keine zeit schon fast da genau spring nicht in den heuerhofen wunderbar so boh wie machst du das nur warum bist du so schnell hier fliegst du doch heimlich und wir wissen gar nichts davon boh schlau ehrlich kleiner schlauer sack ist hat so da sind wir auch schon wieder bei räder und dass wir mal runter bau was bekommen wir denn nasenbrecher eine selten schwere keule okay dankeschön räder mein lieben homies bedanke mich fürs zuschauen und sage bis zur nächsten tagesquests auf wiedersehen